Hallöchen und herzlich Willkommen zur nächsten Folge von Life is Trained. Alter. Was ist jetzt passiert? Es fühlt sich, dass die Realität entfernt ist. Was mache ich mit der Zeit? Ich muss nur einen einfachen Veränder machen, damit ich nicht in San Francisco enden kann. Einfach zerreißen. Boah, es ist verwirrend heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, fuck! Gott, nein! Ich bin zurück hier wieder? Ich dachte, ich habe alles geöffnet. Was hast du gesagt, Max? Was? Jefferson sollte hier sein, nicht hier. Jesus. Es ist so, dass du wieder in meine Klasse bist. Du bist immer noch aus. Es wäre cool, wenn du jetzt eine der Patenten hast. Die Transformation zwischen den alten Max und den neuen Max. Anyway, answer my question, please. Eat shit and die. Good answer. Good answer. Hey, your nose is bleeding. Probably gave you too big a dose. Sorry about that, Max. But considering you're about to die, A nose blade is a first world problem. Ich höre den Sturm. Oh. I had to let Victoria Chase go. You let her. Don't be stupid. Okay? She's exactly where she deserves to be. No. Oh. As if you care. Your iris, that dilation like a shutter. The pictures you're taking of me now. Too bad you pissed away your gift. You could have won the contest, but you destroyed your own beautiful photograph. What a waste. Sorry. I burned all your stuff. I got a little carried away. Fuck. He burned my diary. That's why I'm still here. Especially since you've developed from nerd to hero within a week. There's something weird going on with you. Oh, oh. Whoa. Did you see how crazy it is outside? Huh? Like I said. Something weird. There's that fear. Oh, Max. It's an honor working with you on these final sessions. I hope these images will be appreciated for what they truly capture. The loss of youth. At least, that's the last lecture you'll ever have to hear from me. And I promise you, no more nosebleeds. Mr. Jefferson. Please. Don't do this. You don't know what's happening. Shh shh shh. Quiet. Quiet, Max. Please. Don't do this. This is the scene from the trailer, right? So, und jetzt. Tret ihm in die Eier. Oh, oh. Oh Gott. Es reicht doch ab da. Ich kann nicht da hinklicken. Jetzt. Tja, du Idiot. Schießen ab. Nein, nicht so weit. Nein. Du blödes Spiel. Boah, phasenweise. Du bist gleich tot. Wie kann ich das Gesicht verletzen? Ähm. Turn off the lights. Und wenn du dich auf die Lichter verletzen? Sie machen mich schwein. So, ich werde nicht gut für die Schreie. Jetzt, du denkst wie ein realer Fotografier. Und ich will nicht deine letzte Erinnerung sein, dass die Schreie verletzen sind. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Wow. Nein. Ach komm ey. Du Kackspiel. Boah. Also das ist zum Kotz. Hör einfach auf zu reden. Mach. Oh. Excuse me. But my throat is scratchy. Can I please have some water? Of course. I don't want you to be uncomfortable. I promise. This final dose won't hurt. Jetzt kommt er wieder. Jetzt noch nicht wahren. Jetzt wahren. Steven. Watch out. How? How did you know that? Das kennen wir schon. Okay. David. Watch out. Ich muss irgendwie. Leck mich doch am Sack. Du Kackspiel. Ey. Es ist so zum Kotzen teilweise. Man kann ja den. Gebt mir ein Bild. Wenn er ein Bild macht. Da steht schon die Kamera. Ne, ne. Mit Stativ, Junge. Jetzt braucht er doch das Stativ. Ich versuche. This final dose won't hurt. What? Jetzt schon wahren. Jetzt. David. Watch out. How? How did you know that? I don't know. Ich muss doch was machen können. David. Watch out. How? How did you know that? Ja, aber der stand doch gerade schon da. Vielleicht muss ich doch nochmal komplett zurück. Oh, das ist zum Kotzen ey. So, was war die vierte Möglichkeit? Ja, ist jetzt gut. Play some music. Oh Gott. Oh Gott. Kann ich hier schon was machen? Nee. Oh Gott. Jawohl. Also ich muss zurückspulen, ne? warte mal warte mal warte mal wir waren schon ziemlich nah dran damit so klappt es nicht was ist ja ist gut wir haben alles schon gemacht haben wir alles schon gesehen das ist halt das problem gerade so mit der musik waren wir am nächsten dran das ist doch mal musik machen nein dieses kack spiel ich krieg die krise also manchmal ist das spiel echt bescheuert mach musik an warum muss auch reden wir müssen es irgendwie schaffen zurückzuspulen ich kann aber doch gar nichts machen wir machen nächste folge weiter weil das regt mich gerade ein bisschen auf bis dann ciao